Das Konzept Nummer 1, tragen Sie diese Brille, denn das wird Ihr Sehen korrigieren. Ist das wahr oder falsch? Das stimmt, ja und ich verspreche Euch, dass es Zeiten gibt, wo das eine wahre Aussage ist, aber meistens ist es nicht wahr. Hör mal, Roberto, sagst Du, dass man ein Rezept für eine Brille braucht? Ist das das selbe wie ein Rezept für ein Medikament für hohen Blutdruck? Das ist das selbe Konzept. Roberto, sagst Du mir, dass das ein Medikament ist? Interessantes Konzept. Die Antwort ist ja. Das ist eine Medikation. Das haben sie Dir in der optischen Schule nicht gesagt. Das haben sie Dir in der optischen Schule nicht gesagt. Haben sie Dir das im Hintergrund? Selbst wenn Du die Präsentungen jeden Tag schreibenst, das ist eine Medikation. Das ist eine Medikation. Jede Kraft hat zwei Möglichkeiten. Das kann als therapeutische Intervention verwendet werden. Jede Medikation hat das Potenzial, ein sehr kraftvolles Ergebnis zu erzielen. Was ist die andere Kraft? Zerstörung. Destruction. Das heißt Kontrolle. Die andere Kraft heißt Kontrolle. Und wenn Du mit Kraft kontrollierst, dann kann das destruktiv sein. Zerstörung. Ich möchte auf dem Rekord sagen, dass die Art von Minus-Lenzen auf dem average in the average ophthalmologist, optometrist, optician's office ist Missluse of Power, und es ist eine Form von invisible Kontrolle. Also ich möchte festhalten, dass ich jetzt sage, dass die meiste Zeit werden bei den Augenärzten, wie die Brillen verschwind werden, ist ein Missbrauch von Kraft und es ist eine Art von Kontrolle. Es ist eine Frage. Was macht Kontrolle mit den Menschen? Ich komme aus Südafrika und bin aufgewachsen, als die Apartheid wirklich am ärgsten war. Glaubt Ihr wirklich, dass ich gewusst habe, was da vor sich geht, als ich dort gelebt habe? Ich habe überhaupt nichts gewusst. Die Medien haben total kontrolliert, was wir sehen konnten und hören konnten. Die Medien waren kontrolliert von der Nationalpartei, von dem ersten Afrikaner Diktator. Was glaubt Ihr, was die Kontrolle mit dem menschlichen Spirit macht? Was macht sie mit dem Sauberwohnung? Haben Sie irgendwelche Vorstellungen davon? Es macht, dass der Menschsein nicht selbst ist. Es ist die ärgste Form von Konditionierung und Gehirnwenden. Es ist nicht so, dass diese Leute absichtlich jemandem wehtun wollen. Es ist nur dann so, dass du, wenn du Informationen hast zu dem, was darüber steht, dass du herausfinden kannst, was tatsächlich die Wahrheit ist. Wenn der Augenarzt bei mir feststellt, dass ich Minus 3 Uhr drin habe und ich bin ein guter Puck und ich trage die Brille. Ich möchte Ihnen die Wissenschaft zeigen, um das zu einem Hintergrund zu bringen, was da tatsächlich passiert und um welche Art von Kontrolle es tatsächlich geht. Also ich möchte damit nicht sagen, dass jetzt die Augenarzt oder die Optiker schlecht sind oder schlechte Leute sind. Das ist es nicht. Sondern es geht vom Vordergrund. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, aber das, was mir so älter ist, 1976 oder 1977. Ich habe in den Vereinigten Staaten gelebt, in Portland, in Oregon. Und in dem Hauptplatz von der Stadt war ein Mann, der ist auf einer Holzkiste gestanden. Und er hat einen Fass gehalten. Und er sagte, wir sollten recyceln. Und er hat gesagt, wir sollten recyceln. Fünf Jahre danach wurde das Recycling begonnen in Portland, Oregon. Und ich bin überzeugt, dass das, was wir hier sagen, stimmt. Und ich muss noch eine Menge forschen. Dann könnten wir das Gewahr sein, dass der Augenheilkunde auf diesem Business heben. Und den Menschen Wahlmöglichkeiten geben. Wenn ich Blutdruckprobleme habe, dann kann ich in die Apotheke gehen und ich kann in die Wahl treffen, ob ich das homeopathisch behandle oder mit normalen Medikamenten. Und ich bin überzeugt, dass du und ich, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben können, ihnen die richtigen Informationen zu geben, sodass sie die Freiheit haben können. Und das ist so.